AXA ist ein weltweit tätiges, großes Versicherungsunternehmen und wir bieten Versicherungsschutz für Privatpersonen, Industrieunternehmen und Firmen. Ein Versicherungsunternehmen besteht eigentlich im Kern aus Daten und mathematischen Modellen. Digitalisierung ist überall groß geschrieben, Big Data ist ein aktuelles Thema und ich bin Teil dieses Thema bei der AXA. Ich persönlich arbeite dort in der IT, im Digital Booster Team und wir kümmern uns ganz konkret darum, mit dem Fachbereich zusammen Initiativen zu begleiten. Ich glaube, heutzutage ist gar nicht mehr so wichtig, was man gelernt hat, wie wichtiger ist, wie das Mindset ist. Insofern ist nichts in Stein gemeißelt. Das Coolste an meinem Job ist eigentlich, dass man so sein Baby, sein Projekt aufwachsen sieht, dass man immer wieder etwas verändern kann, etwas optimieren kann. Dass ich meine Aufgabe als Führungskraft auch mit meiner Familie verbinden kann. Das Leuchten in den Augen zu haben. Ich bin ein großer Fan davon, ich muss mich identifizieren können. Ich kann hier so sein, wie ich bin. Ich habe ja selber zwei Mädchen, die Gott sei Dank noch nicht 14 sind, aber ja irgendwann 14 werden und deswegen habe ich natürlich auch drei Ratschläge parat. Nimm Herausforderung an. Sag, was du willst, auch wenn man dich nicht fragt. Und der dritte Ratschlag ist, mach aus allem Limonade. Aber ich bin der dritte Ratschlag ist, wenn man dich fragt. Dir ist, was du willst, auch wenn du nicht dauerst, mach aus dem dritte Ratschlag ist. Und der dritte Ratschlag ist, wenn du dich fragt. Vielen Dank.